Ich beeil mich ja auch. Wie der Wetter, ich fälle in den späteren Rennen, wo du wieder gut bist. Und einem runter und rein. Ich bin genau in den Port rein. Na los, 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 los. Ich bin beim Port noch scheiß Zeit gelassen. Ich hab gedacht, es geht noch mal ein bisschen weiter. So, auf zur 5. 5! Und rein. Wie geht denn? Geraden. Nur hier alles. Ich hab nur noch eine Maske. Ich hab keine. Wie ist das? Und Gas geben. Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht dran vorbeifahren, ne blöde Kuh. Doch, vorbeifahren. Go, 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 go. Ich kann nicht gucken, wenn die Kuh noch nie leiden. Ich schon. Die Rampen klare ich jetzt mal. Ich mag die Die Jeskifahrt nie. Wapp, 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 wapp. Wir raten ihn ignorieren. Geh doch. Die Kugel musst du allerdings beachten. Leider. Ich nehme auf meinen, ich nehme auf meinen, das Mädchen. Oh, fuck it. Oh, das war Glück. Gas, 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 gas. Nein, nicht in die Ecke. Ach, geht doch. Und ich bin im Raum. Ich nicht. Im Portal. Komm schon. Das kann deinem Level kannst ja praktisch durchrushen. Ach, ne. Nur den kannst du an, muss zu zielen. Muss dich zumindest. Jetzt. Tiger. Geh doch. Ah, scheiße. Ah, das hat bestimmt weh. Ich hab keine Maske mehr. Boah, hör auf zum Meckern, du Mistvie. Obwohl er noch nicht gemeckert hat, aber... Na ja. Ja, Kotak lässt sich die Show gefallen. Oh cool, jetzt kann man wegdrucken mit Reik. Endlich, so. Auf zum Tiger. Werden in den Arsch. Ah, verreckt doch endlich. Verzmuchte Tiger. Wenn du jetzt verreckst, lach ich dich aus. Komm schon. Ich hab sogar einen Apfel gesammelt. Wie ist das? Komm schon, steh abendig. Halt es mal. Ich will einfach... Ja, schnell. Hör durch. Als du deinen Rechner formatiert hast. Nein! Nein! Bist du gestoppt? Ja! Ja! Egal, ich hab noch neun Leben. Wird schon gehen. In your face, man! Touch out! Bams! Bams! Nein! Scheiß, die hat mich gefressen. Mich auch. Wie? Geh auf zu grinsen! Jump! 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 Und jetzt reiner... Und... Klatsch. Ich hab Tiger schon geast. Nein! Ah! Fick dich, Tiger. Nochmal, ich fressen. Wo? Ja! Scheiße, sieben Leben, jeder. Ich schaff das jetzt. Die sieben ist eine blösartige Zahl. Ich hab' da so oft nicht nie gefailt und jetzt auf einmal fail ich. Oh. Ah! So, jetzt komm! Spring! 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 Der springt, der springt, der springt, der springt! Klatsch! Ich brauch nur noch einen. Ich muss es auch mal machen. Für das failt jetzt. Komm schon. Ich hab' den größten Wähler gemacht. Was ist das? Na ja, eben. Jetzt muss noch unser Tenzin hochführen. Na! Ich verreck hier. Ich hab' nur noch drei Leben und du? Sie. Oder hast du schon ihn besiegt? Ich hab' ihn besiegt. Noch ne Instant Message. Tini, ich hasse dich. Tiny. Ich bin. Okay. Nachbinden. Ey! Oh! Der Hori-Erstmiss. Der erste Level ist natürlich... ...'n Burglevel. Oh, hast so ein Glück gerade. Hab' ich auch. Das gibt's doch nicht! Oh, geht doch. Kommt her. Okay. Nein, Nein! Nicht Küssen. Nein! Blunder Frosch! Ich habe nur noch ein Leben! Ich bin sechssen. hääähähähäh... ...ich bin so deprimierend gerade. Okay, ich kann mich nicht mehr drehen. Ja, geht nicht mehr! hab ich auch vor oder ich mache ich klicke ihn einfach weg nein ich kann nicht mehr jetzt kann ich wieder drehen geht doch ja ist klar hier ist jetzt so unfair wieder mein letzter versuch ist das verreck ich jetzt gerade wenn du hast das so eingestellt dass ich verliere scheiße rittert mich zerschnitten so einmal noch einig von mir wenn sie in diesem trick wenn ich einfach will hin und her warte bis die tige kommen noch einmal noch ziehe ja 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 Nein, Crash! Ah, 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 ah. Break it! Und rein. So, zur zweiten Welt. Ah, nee, das kotzt mich jetzt schon an. Ja, 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 ja. Blöde Maske. Aber mich nicht zu. Okay, ich sammle Leben. Oder zumindest, ich muss jetzt los. Äh, welchen Welt bist du jetzt? Eins oder zwei? Ich war der Ersten. Aber ich hab sie mir am Ende. Ich sehe das Ende schon. Okay, ich bin jetzt... Foul! Ito zerstört. Ich bin unterwegs jetzt. Äh, ich bin jetzt in der Ersten Welt gerade angekommen. Kannst du nicht öfters verrecken? Schade, dass es kein Netplay gibt. Kannst du nicht auf die Gäste. Äh, leider. Jetzt der zweite Lange dort. Orient. Da werde ich fail. Das garantiere ich dir. Da werde ich fail. Die Hotel-Aversion war noch relativ leicht. Wupp. 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 Vielen Dank.